Ankunft beim Lijang Tower Ja, sind wir wieder in der Volksrepublik China? Oder ist das Vietnam? Ich hab keine Ahnung. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ah, so. Dann wollen wir mal. Weiter geht's. Würde ich sagen. Ähm, jetzt hab ich das vergessen. Ja, ein Kontrollzentrum. Ach, ach so, ja, ein Kontrollzentrum. Ja, klar. Das ist doch, ähm, das von Winston, nicht wahr? Eigentlich müsste der da mitspielen. Aber wen nehm ich denn da? Wen nehm ich denn da mal? Mal gucken, wen haben wir denn? Wir haben, ne, da... Niemann scheint irgendwie ein Healer zu sein, der, oder, scheint irgendwie oft Healer spielen zu wollen, wie es aussieht, um Support. Finde ich gut. Ich komme, ich spiele mal ein Jungle. Da bin ich unkratzig drauf. Heute ist ein guter Tag, um Chaosen zu schicken. Fünf, vier, drei, zwei, eins, und los. Runde eins. Nehmen Sie den Ziel an. Ah, Zielpunkt aktiviert. Ne, noch nicht. Ach, hier. Hallo. Ähm, ja, ja. Oh, ich brauche Hilfe. Entschuldigung. Alter. Alter, was machen die denn, ey? Die sind ja oberkrass. Oberkrass drauf. 45er. 48er. Okay. Ja, wir können auf jeden Fall schon ein bisschen spielen. Nice, danke. 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 Und jetzt. Ja. Wir müssen noch ein bisschen mit am Kill was mitbekriegt. Ich hab's noch gehört. Ich hab's noch gehört. Irgendwas hat er. Eins, zwei. Vielleicht sogar drei. Uh, meine Falle wurde ausgelöst. Sehr schön. Äh, alter. Sie haben uns grad richtig rasiert. Okay, ich glaub nicht. Nein. Alter, das kann aber nicht wahr sein. Okay. Ich glaube, das wird nicht mehr an uns gehen. Die sind grad richtig krass. Wir kämpfen zwar kräuter rum, aber irgendwie nicht hart genug. Ja. Schau. Nein! Zu krass einfach. Zu krass einfach. Das muss ich sagen. Wir leben. Ja, du bist richtig gut eingesetzt. Einfach so fort. Ja, okay. Gut eingesetzt, den Ulti, muss ich sagen. Toll gemacht. Okay. Ich glaube, dann nehme ich mal doch jemand anders. Da gut gehen zu gehen, ich weiß auch nicht. Also das würde ich nicht machen. So, dann schauen wir mal. Okay, ähm. Welche Seite sind wir denn jetzt? Gucken. Sniper bringt ja eigentlich auch nicht so viel. Junkrate ist eigentlich ziemlich gut dafür, aber wir nehmen noch mal einen Supporter. No. Weil, ich glaube, viel Heilung hilft viel. Aber, ne, die Seite auch. Das mache ich auch gar nicht. Also, es gibt so gewisse Maps und, äh, Seiten, die wir, die ich gar nicht mag. Sie sind wieso gar nichts für mich dann. Alter. 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 Krase Scheiße. Uah. Nein. Ich komme nicht weg. 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 Komm, 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 komm. Leute. Ah, Scheiße. Ich bin da nicht weggekommen. Aber ich wollte da noch ein bisschen geheilt immer. Das da muss ich noch arbeiten irgendwie. Das langsame Rückwärtsgleiten. Ja, ich hoffe auch. Aber die Chance ist hoch, dass es doch so war. So, okay. Kommt schon. Alter, und schon gleich wieder tot. Ich dachte, ich tue mal was Gutes. Mal los. Alter, so schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen. Okay. Gehen wir mal rüber? Haben wir überhaupt noch jemanden? Oh, oh. John. Alter, den muss man doch kriegen. Oh, von oben. Von oben auch noch. Wie feige. Wie feige. Äh. Das war einfach zu verlockend, ne? Das war einfach zu verlockend. Noch mal, das hat jemand gesehen. Vor allen Dingen hoffe ich mal, dass wir jetzt mal den Punkt jetzt wiederholen hier. Alles Gute kommt von dir. Zeit für ein bisschen in den Schiff ein. Zeit für ihn zu liegen. Wie? Boah. Ach, nicht zu wenig. So einfach kriegst du mich nicht. Boah, wir fliegen. Nein. Oh, ich wollte ihn über die Brüstung schießen. Ah, scheiße. Und da muss ich natürlich noch nachladen, ne? Nachladen. Das ist, äh. Dieses blöde Nachladen. So ein unendlich Schuss wäre echt geil. Alle Regler auf Anklang. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Schreibt, den Akku aufzuladen. Ich muss mal alles auf Anklang. Lauter, lauter. Yeah. Komm, komm, komm. Oh, du. Tschau. Wir gehen mal hier nochmal irgendwas. Ich muss mal kurz zurück. Na. Ah. Die sind einfach zu krass. Also nicht, dass es ungerecht wäre. Das nicht, aber die sind halt einfach besser. Und Niederlage. Ah. Schade, 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 schade. Hm. Highlight des Spiels. Na, dann bin ich mal gespannt. Nerft das! Immer. Sehr schön. Ah. Okay. So, ein Match mache ich noch. Also mit Rematch. Und dann muss ich noch ein bisschen Mirror's Edge aufnehmen. Lange Anflug auf Mumbai. Für mich eine Widowmaker-Map. Das werde ich auf jeden Fall machen. Bin mal gespannt, ob das auch wieder klappt. Schöne Musik. Es macht auf jeden Fall Spaß, mit euch aufzunehmen. Generell ist es immer cool, weil man mit Leuten spielt, irgendwie zusammen in einem Team. Bin mehr so der Teamplayer. So gegeneinander, miteinander, miteinander. Das ist sowieso die Devise. Immer miteinander, Leute. Hallo? Audi. Audi. All right. Ich genieße die Ruhe, auch wenn sie nicht lange anhält. Mach das. Okay. Oder warte mal. Kann ich hier irgendwas, wo ich nach oben kann? Gerade als Widowmaker wäre das vielleicht nicht schlecht. Anlassphase beginnt in 30 Sekunden. Nicht so, ne? Schade. Guck ich mal, dass ich mich hier... Däumchen drehen ist nicht gerade meine Stärke. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. So, dann positioniere ich mich mal hier. Und schaue... Was passiert, wenn die Türen aufgehen? Die Dreckskarte. Wo sind sie? Wo sind sie? Für ein neues Abenteuer. Okay. Nicht allzu weit vorne, ne? Okay. What? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich kann Tracer nicht leiden. Ich kann sie nicht leiden. Warte, ich bin ja jetzt Widow. Ich kann sie nicht leiden. Hm? Was? Heiß Riebel? Nein! Warte auf, Rissi. Diese blööde. Ich meine, diese blöde... Ich hasse sie. Ich hasse sie. Halt mich das Geschirr, wo raus. Hm. Ich habe sie immer dran wangeln. So, jetzt müssen wir aber mal, Leute. Halt mich das Geschirr, wo raus. Jetzt müssen wir mal ab. So, eine... Dankeschön. Du schützt voraus. Ja. Du schützt voraus. Wer sitzt da oben? Okay, sehen wir mal. Gucken, vielleicht kommt's ja noch mal vor. Yeah! Fuck! Blöde, blöde, blöde. Oh! Dankeschön. Schön, Torbjörn weg. Oh! Wo, 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 wo. Oh Mann, da hat sie noch ihren Ulti geholt. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Zu spät gehört. Ja, nicht schlecht. Jetzt noch meine kleine Drohne, was nicht Drohne, diese Spinne mit weg gemacht. Ich komm hier auch grad gar nicht weg, ne? Hm. Na? Ja! Leider zu spät, aber nicht so schlimm. Kann ja auch nicht alles machen, ne? Aber ich hab's wenigstens durch noch, noch gekriegt. Da bin ich wieder. Oh, Alter! Was ging da ab? Hat da jemand sein Ulti gemacht? Sieht so aus. Jetzt aber schnell rauf. Los, 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 los! Ich guck mal, dass ich das hinten ein bisschen absichere. Ja. Weil... Jetzt wird's Zeit. So. Das ist schon mal gut. Alter! So. Mann! Alter! Boah! Boah! Hab ich's noch angesteckt irgendwie? Ein bisschen? Boah! Ries Tracer! Ich... Dankeschön! Danke! Auch wenn's wahrscheinlich jetzt nix mehr bringt. Ich schreibe hier! So. So. Oh... Da. Alter! Ah! Mist! na gut okay aber das rematch noch beim rematch kriegen also trotzdem schönes kind da weiß ich doch schon wo ich drauf drücke trotzdem geil es war schön alter alter guckt euch das an wo spiele ich denn hier mit ich glaube da seid ihr nicht ganz unschuldig lima dass ich jetzt hier irgendwie in regenspiele wofür ich noch nicht ganz geeignet bin und das ganze noch mal als verteidiger sehr schön da wollen wir mal gucken er eines im besten nicht schlecht oder keine scharfschütze dann probiere ich mal die musik auch mal ein bisschen spielen jeder tot bedeutet es muss euch nicht leidtun ist ja nicht schlimm kann ja auch einfach besser werden ich spiele jetzt einfach mal so wie ich sonst spiele ich habe ja so getan als ob ich das nicht könnte vielen dank angreifer in 30 sekunden erwartet ja so apropos parkour ich spiele gleich auch noch wahrscheinlich auch im stream ein bisschen ähm ähm na komm 5 4 3 5 1 angreifer nähern sich volle energie pf 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 Und so, ich muss den jetzt mal irgendwie ein bisschen mastern. Also das war ja auch oberkrass Quatsch, was ich da gemacht habe. So, E und dann. Ah ja, ja. Es ist mir schon klar, dass wir das müssen. Das ist ja auch so in meinem Sinn, das zu verteidigen. So. Bin ich halt nur so weit weg. Okay, so. Oh Mann. Weißt du, was ich mache? Oh. Nicht sterben. Darf ich nicht so weit vorrennen. Und so. Ach, aufladen kann man. Oh Mann. Mist. Aufladen kann er. Ja, da gibt es keinen Wunder, dass man da noch keinen Schaden macht. Ich habe dich im Wienzieher. Das wird sie eine Weile auffallen. Dankeschön. Ach, sehr schön. Hm. Fraser. Wie ich sie hasse. Oh, da oben war da auch, ja, ne? Nein. Was ist jetzt? Aber wenigstens. Aber wenigstens nicht von dem Ulti weggehauen, Rotten. Ah, auch ein Hanso. Becker! Okay. Okay. Ja. Dankeschön. Danke. Nein. Ach shit. Eingefroren. Oh, echt. Sekunden. Oder? Ja, ja. Der war schon am Einfrieren, ne? Ja. Schade, 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 schade. Noch einmal von vorn. Ja, das ist wirklich das Problem, was ich immer habe. Ja, ich habe den Pfad geöffnet. Sehr schön. Guck mal, dann nutze ich den noch gleich. Bevor ich jetzt da irgendwie drei Minuten hinrenne, kann ich dann nochmal die 20 Sekunden zurück. Und zack. Das klingt da wieder nach einem, nach einem blöden... Alter. Oh, nee. Oh. Boah, Alter. Ich krieg noch einen Föhn. Ich krieg noch einen Föhn. Oh. Diese blöde Tracer. Also, der ist Bestien und spielt einen Soldier. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ach so, ist nicht mehr da. Schade. Mir stirbt keiner weg. Ja, das ist auch sehr gut. Das ist eure gerechte Strafe. Komm, 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 komm. Ich höre behaupte Kämpfe. Ja, 30 Sekunden. Ich sehe nur, wie ich erlaube. Kannst du dich auch einnehmen? Das ist nicht mehr. Ich bin da. 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 Komm schon. Wo sind sie? Da drin? Noch 10 Sekunden. Da drin? Wir schützen das. Ich hoffe doch. Ihr Rüstung bleibt zu. Ja. Ja. Sehr schön. Ah. Okay. Highlight des Spiels. Da kann ich doch beruhigt schlafen gehen. Oh, netter Skin. Oggone ist bereit. Boah, das war echt krass. Das war echt krass.